Kassel Hill in der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts. In der Fortress gab es die Stadt Budda. Die Stadt Budda war die Kapital der Ungarn in den Mittleren. Darum wurde das Royal Palace hier gebaut. Oben auf dem Burgberg war in der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts eine Festung. Innerhalb dieser Festung war die Stadt Budda. Da die Stadt Budda im Mittelalter die Hauptstadt des Landes war, wurde das Königliche Palais hier erbaut. Jetzt lass ich euch ein paar Informationen über das Royal Palace. Das erste Royal Seat war dort in der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts. Im 14. Jahrhundert wurde es gestandet und das erste Royal Palace wurde gebaut. Unser Ruler, King Matthias, hatte ein wunderbar Renaissance Palace in der 15. Jahrhundert. Ungefährlich, die Turks conquered die Stadt in der 16. Jahrhundert. Und sie nicht in die Stadt geflogen. Insofern, sie es als eine Munition store verwendet. Denn das war es zweitens. Die erste Mal, eine Leitlinge-Storm, hat eine Leitlinge-Storm geflogen. Vielen Dank.